gut anfangen jo leute was geht willkommen zu diesem neuen video heute geht es um eine speed der currency challenge exon ist wieder am starten kennt ihr wahrscheinlich noch aus der letzten challenge dann haben wir uns etwas ganz besonderes überlegt und zwar exon macht es mal vor bei der station 1 muss man in den reifen treffen knappes ding dann geht es weiter hier im slalom außenrum dann mit ball slalom hier zack zack an direkt schuss aus dem lauftort natürlich halten dann geht es weiter zum elfmeter dann wieder ums regelvergenäre schwarze hütchen und habe hier chilliger crossbar treffer ja das war es schon der regel und zwar gibt jeder schuss wenn er natürlich reingeht einen punkt und wer die schnellste runde hat bekommt dann noch einen zusatzpunkt von dem er spiel mal zwei durchgänge wer die größte gesamtpunktzahl hat hat logischerweise gewonnen von dem her viel spaß ja ja Warte, warte. Okay, action. Oh, ganz cool. Okay, action. 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 Okay, action.